Als Evangelist in der ehemaligen DDR war Theo Lehmann der Stasi ein großer Dorn im Auge. Seine klare Verkündigung und seine Musik zogen Woche für Woche mehrere tausend Menschen in die Kirche. Bis heute ist es ihm ein Herzensanliegen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Im Gespräch mit Moderator Daniel Dehmann lässt er sein Leben Revue passieren und erzählt von seinem bewegten Leben und den Herausforderungen als Pastor und Evangelist in der damaligen DDR. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Lauf des Lebens auf BibelTV. Wir sind heute zu Gast bei Theo Lehmann, der Mann, der tausende von Jugendlichen in der DDR mit seinen Jugendgottesdiensten zu Jesus geführt hat und der den Jazz nach Karl Marx stattgebracht hat. Wie das alles funktioniert hat, darüber wird er uns gleich berichten. Herr Lehmann, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ihr Lauf des Lebens begann am 29. Mai 1934 in Dresden. In was für eine Welt wurden Sie damals hineingeboren? Das war die Welt von Adolf Hitler. Der war an dem Tag, an dem ich ihn geboren werden sollte in Dresden. Das heißt, da war alles abgesperrt und die Straßen verstöpft und so. Meine Mutter konnte also mit der Taxe irgendwie zum Diakonissenhaus gelangen. Das war der erste Zusammenstoß, den ich schon mit der Diktatur hatte. Ich habe gewartet, bis der Dämonen die Stadt verlassen hatte und kam dann kurz vor Mitternacht dann zur Welt. Aber wenn man das symbolisch nimmt, war das mein erster Zusammenstoß mit der ersten Diktatur, in der ich gelebt habe. Wenn Sie nochmal Ihr Elternhaus für uns beschreiben würden, was war das für ein Elternhaus? Meine Eltern waren Missionare in Indien, Südindien. Und die hatten dann nach sieben Jahren zum ersten Mal Heimaturlaub bekommen. Und da hatte sich dann herausgestellt, dass meine Mutter tropenkrank geworden war. Also die hat in Indien einen Sohn geboren, der zweite Sohn, der starb, dann eine Fehlgeburt gehabt. Also wenn man sich die ganzen Zustände vorstellt, die hatten ja nicht so wie wir heute Wasser auf Flaschen oder so. Die haben ja in primitiver Weise gelebt, also die hat sich ihre Gesundheit total ruiniert gehabt. Und dann durfte sie nicht mehr an die Tropen raus und mein Vater stand vor dem Problem, wo er alleine wieder zurückgeht nach Indien oder eben weiter Familie bleibt. Denn er hat sich für die Familie entschieden und auf diese Art und Weise bin ich also in Deutschland geboren worden. Ihr Vater, der berühmte Missionswissenschaftler, dann noch später Arno Lehmann, was war das für eine Vaterfigur? Also ich habe vor meinem Vater immer einen riesenhaften Respekt gehabt. Und das war sowieso, wir sind eine ganz nüchterne Familie gewesen. Es gab bei uns wenig so Zärtlichkeiten oder sowas. Das war es für uns eigentlich gar nicht. Mein Verhältnis zu meinen beiden Eltern war immer geprägt durch einen riesenhaften Respekt. Auch eine gewisse Distanz? Nein, es war keine Distanz da, gar nicht. Aber es war ein Respekt da. Ich hatte irgendwie dann das Gefühl, er war was. Er stellte was dar. Und Sie sagten gerade schon, Sie haben noch zwei Brüder. Und der ältere Bruder, der ist tatsächlich noch in Indien geboren. Der ist in Indien geboren. Und den habe ich immer beneidet, weil in seinem Ausweis stand ja drin, Geburtsort Madras, Südindien. Und bei mir stand immer drin in Dresden. Habe ich ihn immer beneidet. Inzwischen ist er schon gestorben und mein Jünger Bruder auch als Letzter übrig. Ja. Und Sie haben dann ja auch noch bewusst die Nazi-Zeit, die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland auch noch miterlebt und sind dann auch bei der Hitlerjugend gewesen. Ja, also nicht Hitler und ich war beim Pimpfen. Das ist so eine Vorstufe gewesen. Hitlerjugend stimmt schon nicht. Das letzte halbe Jahr war ich auch dort mit dabei. Da bekam man ja ein Koppelschloss und Uniform und das war also ganz wichtig. Und ich habe mich da auch wichtig gefühlt, dass ich dabei sein konnte. Wir durften ja noch keinen Dolch tragen. Und das war die Aussicht, dass man den bekam und so. Das hat in Jungen natürlich alles gereizt. Wie alt waren Sie da ungefähr? Ja, da war ich zehn Jahre. Zehn. Aber das hat dann doch keinen, der Reiz verblasste. Der ist sehr schnell verblasst. Ja, der ist sehr schnell verblasst. Weil das war eine stümpsinnige Warschirübungen und was man da alles machen musste und Geländespiele und so. Das war nicht meine Welt. Also das war sehr schnell vorbei. Und da gab es glaube ich auch einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, das kann hier nicht alles so richtig sein. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Das war eben so eine Marschierübung auf dem Schulhof war das. Und da marschierte eine andere Gruppe an mir vorbei. Und da sah ich einen Klassenkameraden in der anderen Gruppe, den ich sehr verehrte. Das war ein äußerst vornehmer Typ aus der intellektuellen Familie. Ich weiß nicht, was die waren. Und die trugen auch Sommerhandschuhe und so. Also ganz noble Menschen. Und der musste diese blöden Marschübungen machen, wo die Beine hochschmeißen und so. Also dieses Idiotische. Und das war für mich wie eine Vergewaltigung des Geistes. Der Mensch war für mich so ein geistiger Typ. Und der musste diesen ganzen Mist mitmachen. Und seitdem, das war wirklich ein kleiner Moment nur. Aber das hat mir das ganze Marschieren, Schunkeln oder irgendwelche Gemeinschaftsbewegungen, hat das alles versaut. Seitdem. Von da an. Von da an bis heute? Bis heute. Bis heute. Ich kann nicht mit schunkeln oder sowas. Ich habe auch Schwierigkeiten im Gottesdienst, im Chor da Psalmen mitzusprechen oder sowas. Bis gut ist. Also alles, was so in Massenaktivitäten oder Choril passiert. Kann ich so gleichschlörige Bewegungen und so. Nee, kann ich nicht leiden. Ja, so tief sitzt das dann drin. Wie wurde denn, also wenn Sie uns da nochmal mit reinnehmen, wie wurde denn eine christliche Familie damals in der Nazi-Zeit so wahrgenommen? Oder konnten Sie das als Kind noch gar nicht so richtig einordnen? Also ich habe da nicht viel mitgekriegt. Mein Vater hat als Pfarrer dann gearbeitet. Der hat eine Gemeinde bekommen. Der war eigentlich Christiansinspektor in der Zeit. Der hat eine Gemeinde übernommen. Und da habe ich das Gemeindeleben und so das alles mitgekriegt. Aber von irgendwelchen Drangsalen oder was, habe ich gar nichts gespürt. Ja, gar nichts. Ja. Sie hatten 1948 Konfirmationen. Sie haben einmal gesagt, Sie haben als Evangelist wirklich sehr viele Menschen zu einer bewussten Entscheidung zu Jesus auch geführt und zu einer richtigen Bekehrung. Sie haben einmal gesagt, Sie hätten so eine Bekehrung nie wirklich erlebt. Für Sie wäre das die Konfirmation gewesen. Wie meinen Sie das? Ja, weil es ist doch merkwürdig, wenn der Evangelist sagen muss, ich kann kein Bekehrungsdatum nennen. Das würde einen Sinn gehabt haben, dass Gott mich so geführt hat. Weil schon alleine damit niemand denkt, der zwingt es die Leute zu dem, was er selber erlebt hat. Ich habe es ganz anders erlebt. Ich habe in dem Alter gar keine, also Evangelistischen gab es gar nicht bei uns, haben wir gar nicht gekannt. Für mich war die Konfirmation sozusagen die Bekehrung. Ich habe dort, wie Jesus meine, die Treue versprochen, auch zur Gemeinde mich zu halten, zur Gemeinde-Lutherischen Kirche. Das war sozusagen meine Bekehrung, wo ich als junger Mensch bewusst gesagt habe, ja, das ist mein Weg, ich gehöre jetzt zu dir. Also nochmal die bewusste Entscheidung, auch die durchdrungene, reflektierte Entscheidung als jungen Menschen dabei zu bleiben. Für Jesus und für die Kirche dann auch. Ja. Eine Kirche, in der Sie nie Pfarrer werden wollten, haben Sie mal gesagt. Ja, weil ich eben so viel Respekt hatte vor dem Pfarramt, auch vor meinem Vater. Das war alles, wissen Sie, ich habe doch Kollegen gehabt, also als Kind, Väter von Schulfreunden, der Vater hatte eben eine Bäckerei und dann wurde gesagt, Sohn, auch Bäcker. Und da habe ich immer gesagt, also das kommt für mich nicht in Frage, dass ich bloß deswegen, weil der Vater Pfarrer ist, Pfarrer studiere. Also ich hatte auch vor dem Amt zu viel Respekt, das war etwas Besonderes. Und im Moment bin ich doch im Pfarramt gelandet. Ein, auch da wiederum ein Schlüsselmoment, so heißt es zumindest, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, war der dritte Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin 1951, wo was bei Ihnen passiert ist. Was war das für eine Atmosphäre damals in Berlin? Ich bewegte mich damals per Fahrrad in der Welt. Und meine 150 Kilometer, oder was das so war, von nach Berlin bin ich da geradelt. Und die Kirchentage von damals, die waren ja etwas vollkommen anderes wie heute. Also solche merkwürdigen Figuren, wieder deine Name oder so, das war ja undenkbar, dass auf dem Deutschen Kirchentag da andere Religionen oft kommen und sowas. Und ich will jetzt keinen Namen nennen. Also jedenfalls, das war was von Commanders. Inwiefern war das anders? Was war das für eine Atmosphäre? Dort haben gottesfürchtige Männer das Evangelium verkündigt. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, in welcher Bibelarbeit ich da gesessen habe, wer das war oder welches Bibelwort weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich von Berlin wieder zurück geradelt bin auf meinem Fahrrad und wusste, jetzt werde ich Theologie studieren. Das hat sich dort entschieden unter der Verkündigung von irgendjemandem. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich keinen Namen mehr weiß oder so. Dort hat das bei mir eingeschlagen. War das dann so eine Art Loslösung von dem hohen Ideal des Vaters hin zu einer... Nein, eine Loslösung hat das gar nicht bedeutet, nein. Aber da hatten Sie denn den Schluss gefasst, jetzt studiere ich Theologie. Jetzt werde ich Theologie studieren. Das ist dann aber erstmal... wurden Ihnen durchaus Steine in den Weg gelegt. Also Sie haben das nicht so einfach ein Studium beginnen können, weil die Noten zunächst so schlecht waren im Abitur. Ja, also erstmal war ich sowieso ein mittelmäßiger Schüler. Aber ich bin nicht deswegen durchgeflogen, sondern wir waren drei Schüler an der Schule, die Theologie studieren wollten. Und das musste man vorher bekannt geben. Naja, also bereits in der Schule sagen... Das wusste die Schule, der Lehmann will also Theologie studieren. Und von diesen drei Schülern, die Theologie studieren wollten, flogen zwei durchs Abitur. Einer schlüpfte durch, der hat es geschafft. Und ich und noch ein anderer flogen eben durchs Abitur. Ja. Weil ich in Gegenwartskunde... Das ist ja so ein Gummifach. Das können Sie ja gar nicht... Das kann man... Das ist ja... Das war ja ein politisches Fach. Ich hatte über der Osern-Heise-Grenze irgendeinen Vortrag zu halten oder Fragen zu beantworten. Und da soll ich irgendwas... Ich habe wohl falsch gesagt, aber irgendwas weiß man ja nicht. Das ist ja sehr einfach, gerade in so einem Fach, Gegenwartskunde, einem zu bescheidigen, dass man unmöglich ist, sich auszubilden lassen und so weiter. Und da bin ich durch das Abitur geflogen. Ich sage immer geflogen worden. Geflogen worden von der damaligen Schulleiterin, haben Sie mal gesagt? Von der Schulleiterin. Das war sowieso meine Spezialfeindin. Die hatte ich sowieso schon die ganze Zeit Krach gehabt. Vom ersten Schulter an hatte ich mit der Krach. Weil in Dresden, wo ich aufgewachsen bin und zunächst mal zur Schule ging, das war ja eine ganz bürgerliche Welt, Dresden. Und da hatten wir als Glieder der jungen Gemeinde das Bekenntnisabzeichen. Das war so ein kleines Weltkugel mit Kreuz drauf. Ja. Und das hatten wir auch der Jacke. Mhm. Und so gingen wir in die Schule. Und das war in Dresden akzeptiert. Und ich, naiver Mensch, bin in Halle, als meine Eltern da hingezogen waren, beide dort, weil mein Vater eine Stelle dort bekommen hatte, bin ich mit dem Kugelkreuz in die Schule marschiert. Und gleich am ersten Tag der Perkatz, dem dieser Wehrerin begegnet, und da soll ich das abmachen, da bin ich am nächsten Tag gleich in die Freie Deutsche Jugend eingetreten und habe das Abzeichen der Freien Deutschen Jugend daneben geschraubt. Und da bin ich so in die Schule gegangen. Die Freie Deutsche Zeitung mit der jungen Gemeinde. Und das gab natürlich Krach, das ist ja klar. Weil ich gesagt habe, also wenn ich das Kreuz abmachen muss, brauche ich aber auch das Efter Zeichen wieder ab. Die saß am längeren Hebel, kam der Tag des Abiturs und da bin ich eben dann durchgerasselt. Außerdem war das noch so, dass an dem Tage mein Vater in der Zeitung angegriffen wurde. Da hatte er irgendwas gegen den Frieden getan oder ich weiß nicht mehr, was sie ihm da vorgeworfen hat. Also die Frau Perkatz brauchte ja bloß die Zeitung. Da sind ja solche Leute aus Berlin dann dabei, wie das Abitur mitabnehmen, denen bloß das hinsagen, hier, das ist der Sohn von dem. Also ich weiß nicht, ob das abgekatert war oder nicht. Jedenfalls, das spielte alles so zusammen. Also ich war unmöglich von wegen, dass ich das Studium aufnehmen konnte. Ja, nun sind Sie aber doch trotzdem Pfarrer geworden und Sie haben auch Theologie studiert. Wie ist es dazu dennoch gekommen? Also erstmal war Hofen aus. Konnte nicht Pfarrer werden. Wir haben dann gleich eine Konferenz zu Hause gehabt, auch mit dem anderen. Wir haben beschlossen, da gab es ja in Leipzig das Missionsseminar, wo die Missionare ausgebildet worden sind, wo auch meine Eltern ausgebildet worden waren. Also eine kirchliche Ausbildungsanstalt. Kirchlich gehörte die Missionsseminar. Und die bildeten Menschen aus ohne Abitur. Das war schon immer so. Weil die studierten Theologen, die hatten keine Lust Missionarer zu werden. Und die Missionare sind dauernd rekrutiert worden. Man sagte damals von den Schussern und den Schneidern. Also irgendwelche Berufe. Menschen, die sich bekehrt hatten, die für Jesus was tun wollten. Die hatten also keine Vorbildung. Konnten aber in Leipzig ausgebildet werden. Und da sind die kriegsten Männer draus geworden. Bruno Guttmann, die wir vorher gesprochen haben und so. Die dann später Sprachen erforscht haben und alles Mögliche. Das bestand zur Zeit der DDR und bildete auch noch Missionare aus. Also ich bin im letzten Kurs gewesen, der noch Missionare ausgesandt hat. Ab da war die Grenze völlig zu. Und da habe ich dann zwei Jahre lang Theologie studiert. War glaube ich nicht die komfortabelste Zeit ihres Lebens. Kann man das so sagen? Naja, weil ich habe das als Umweg betrachtet. Ich hatte ja das Gräkum und das Latinum schon. Das musste ich aber alles noch einmal machen. Das musste ich alles noch einmal mitmachen. Und das fand ich also schade um die Zeit. Also ich habe meistens in den Vorlesungen Bücher mit, habe ich gelesen. Ich hatte mir vorgenommen, jede Woche musste ich einen Roman gelesen haben. Und da habe ich eben gelesen. Weil ich das alles schon hatte. Also das war, fand ich, Zeitverschwendung. War aber, hat sich als positiv herausgestellt. Wie bei allen solchen Dingen. Deswegen ist mein Lieblingsbiospruch, denen die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen. Auch solche komischen Unwege. Weil ich konnte dann das Abitur nachmachen. Also musste ich nach Berlin zum Volksministerium und so weiter. Und dann konnte ich, bin ich sofort an die Uni gegangen. Und jetzt konnte ich erst einmal richtig losstudieren. Das heißt, während alle meine Kollegen, die im gleichen Studienjahr waren, die mussten nur Latein paugen und Griechisch lernen und so. Und das hatte ich alles hinter mir. Und da konnte ich also gleich losstudieren. Richtig. Und da habe ich eben alles mögliche Anderer mitgemacht und mitgehört und so. Und das ist dann für mich so ein großer Segen geworden. Dass ich wirklich, ich brauchte diese ersten zwei Jahre an der Uni nicht, mich mit dem Vokabellärm zu beschäftigen. Ja. Sie haben dann auch während der Zeit des Studiums Ihre spätere Ehefrau Elke kennengelernt. Ja. Wie war das? Ja, die, 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 ich wohnte dann außerhalb des Missionshauses. Und mit meinem Kollegen hatte ich eine Bude zusammen. Mit einem Studienfreund. Und wir fuhren mit der kleinen Straßenbahn immer rein, mit der sie auch fuhr. So ging der Tag immer los. Und da haben wir uns dann angenähert. Und das war der eigentliche äußere Anlass. Mhm. Ich kannte es dadurch, dass ich mit der gleichen Straßenbahn täglich da mit reinfuhr. Ja. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ja. In Ihrer Jugend ist dann auch irgendwann der Jazz in Ihr Leben getreten. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie so die ersten Berührungspunkte mit der neuen Musik hatten? Ja. Ach, das war viel eher. Das war in Dresden. Ich hatte Freunde, die hatten ein paar Schallplatten. Oder der Vater hatte Schallplatten. Und da habe ich die ersten Platten gehört. Da war ich schon ein kleiner Junge noch. Und gehört habe ich zunächst mal nach dem Krieg, war das so, als wir unser Radio angeschafft hatten, da bin ich nachts aufgeblieben und da kam dann nachts nicht nur Schlagermusik, sondern Jazzmusik. Zunächst mal habe ich Schlagermusik gehört. Und dann bin ich aber eben auf solche Jazz-Sendungen gestoßen, die nachts kamen. Und damals die Jazz-Sendung, das war so richtig, wie die Deutschen das machen, das war wie die Schulmeister, da haben die so erklärt, was ist Chicago-Stil und was ist New Orleans-Stil und auch so, so schulmeisterlich. Und ich habe aber mir ein Heft angelegt und habe alles mitgeschrieben. Wie ein Schüler. Auch sein Deutsch dann wiederum. Ja, genau. Und da habe ich mir, ja, so bin ich in die Musik reingekommen. Mhm. Da gab es dann noch verschiedene Erlebnisse, aber der Anfang war einfach, dass ich solche Sendungen gehört habe. Da gab es zum Beispiel eine Sendung, die lief montags, drei Viertel, zwei. Blues for Monday. Da ließ ich in der Schule alles stehen und liege eine Hand nach Hause und musste, dass ich das hören konnte. Blues for Monday. Und es gibt viele andere, denen das genauso gegangen ist, die genau durch diese Sendung über den Rias, das, nee, auf 11N kam das, auf 11N. Das Soldatenradio der Amerikaner. Naja. Der Peter Boas hat die Sendung gemacht. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal eine Aufnahme von Bessie Smith gehört. Und später habe ich dann im Jazzgebruch, das werde ich nie vergessen, da war ich dann schon Student, da wurde gespielt, eine Aufnahme, zu Weihnachten hört man die jetzt oft von der Bahia Jackson. Aber nicht diese Kitschaufnahmen, die sie später gemacht hat, sondern Go tell it on the mountain. Aber das ist noch blueshaft gewesen. Das war eine Offenbarung für mich. Ich habe doch nie Menschen so singen gehört. Wir haben uns ja dran gewöhnt. Aber das war damals unglaublich, dass es überhaupt so etwas gibt. Und das hat mich getroffen. Und am meisten hatte mich bewegt, dass ich in so einer Schul-Sendung mal gehört hatte, dass die gesagt haben, der Jazz käme aus der Kirche. Und das fand ich total blöde, weil, Sie müssen sich mal vorstellen, ich war Pfarrerssohn, die Jazz war das Weltlichste, was es überhaupt gibt an Musik. Wieso das mit der Kirche, was sie tun haben sollte, das war mir völlig unverständlich. Und dem wollte ich nachgeben. Und diese Neugierde, ob das wirklich stimmt, diese Behauptung, die war die Triebväter für mein ganzes Leben dann geworden. Und das zieht sich ja bis zum heutigen Tag durch, diese Leidenschaft für den Jazz, für den Blues und für die Swing-Musik. Sie haben dann dem Gospel und den Negro-Spirituals tatsächlich auch Ihre Dissertation gewidmet. Ja. Was hat denn damals in den 50er oder Anfang 60er vielleicht Jahren Ihr Doktorvater gesagt, als Sie mit dem Thema um die Ecke gekommen sind? In der Theologie. Ja, das war ganz schwierig, weil das Thema war, der wusste es gar nicht damit anzufangen. Und übrigens war es auch persönlich eine große Schwierigkeit. Also ich habe keinen Professor gefunden. Und der Professor, den ich in Halle dann fand, der Professor Ummer, mit dem hatte ich mal als junger Student sogar einen Zusammenstoß. Da gab es eine Zeitschrift, die Zeichen der Zeit und da war eine Beerdigungsrede abgedruckt und von einem Dichter, der aber gar kein Christ gewesen war. Und da stand da drin, wir können uns seiner Auferstehung getrösten und so weiter. Und dagegen hatte ich in einem kleinen Artikel protestiert. Und dann hatte sich der Professor Ummer eingeschaltet und da stand eben drin, offenbar hat die junge Generation noch gar nicht was von Bonhoeffer gelernt und so. Und da habe ich mich mit dem Professor befehdet, öffentlich in dieser Zeitschrift. Und ausgerechnet zu dem, den habe ich dann später, das war so, der gehörte zur Fakultät in Halle und mein Vater, der Dekan, der veranstaltete im Jahr ein, zwei Mal Dekanscafé. Da wurden so alle eingeladen, die Kollegen, und da musste ich die Türe abmachen, wenn die Professoren kamen. Und da kam dieser, mit dem ich mich als Student in der Kappsklasse kam da und da hat er mir der Hand entgegengehalten. Und das fand ich großartig. Also der hätte mich ja übersehen können, so wie ein kleiner Student, der gegen den Professor da aufmuckte und so. Das war menschlich großartig. Ja. Es war dann vergeben vorbei und so. Und genau der wurde dann mein Doktorvater und dem habe ich dann Bücher gegeben, dass er sich informieren konnte. Machen wir mal einen kleinen Sprung. Sie sind dann Pfarrer geworden in Karl-Marx-Stadt. In Karl-Marx damals. Heute Chemnitz. Und das große Thema vieler Jahre dann bei Ihnen waren die Jugendgottesdienste. Was war denn so die Initialzündung zum ersten Jugendgottesdienst, den Sie damals veranstaltet haben? Ja, ich war in der Schlossgemeinde Pfarrer. Wir waren drei Kollegen und ich war der Jüngste, war also zuständig für die Jugendarbeit. Und ich habe natürlich immer einen Traum in mir gehabt, wie Gottesdienst gerade für junge Leute eigentlich aussehen müsste. Immer. Habe aber 13 Jahre, also erstmal 10 Jahre lang, treu und brav meinen Dienst gemacht, ohne nun gleich zu revolutionieren und einen neuen Gottesdienst anzufangen. Wie das heutzutage so junge Leute machen, die kommen vor der Uni und erzählen erstmal den Kirchenvorstand, was sie alles falsch machen. Die wissen die ja gleich, wenn die von der Uni kommen. Ich habe brav alles mitgemacht. Und dann kam eine Kirchenvorstandssitzung, wurde die Statistik vorgelesen, das gab es jedes Jahr. Und da stellte sich heraus, die Gemeinde schrumpfte. Männerkreis schrumpfte, Frauenkreis schrumpfte, Gottesdienstbesucher, alles schrumpfte. Tauschen, alles ging zurück. So, fragte nur der Vorsitzende, wer hat was dazu zu sagen. Jetzt saßen die alle so da. Jeder guckte, ob vielleicht der andere was sagt. Keiner sagte, den Mucks. Und da habe ich mich gemeldet. Und habe gesagt, dann werde ich einen Gottesdienst für junge Leute einrichten. Ich habe es noch nicht ausgesprochen gehabt. Da schoss der Kanter in der Höhe, den ich übrigens hoch verehrt habe. Also der Kirchenmusiker? Der Kirchenmusiker. Ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet. Aber der schoss in die Höhe. Wollen Sie das mitgetauscht machen? Und da habe ich gesagt, ja klar. Zu Ihrer Orgel muss ich kontaktieren mehr. Also dann sei das Unheil schon am Horizont herauftreten. Ja, genau. Und ab da, da ging der ganze Streit, der bis zum Landeskirchenamt ging, ging nur um die Frage, ob in dem Gottesdienst auch georgelt wird und gesangt wird. Dass die jungen Leute Evangelium hören, darum wurde gar nicht geredet. Es ging nur um diese blöde Frage der äußeren Dinge. Und unser Kanter, der hat mit dem Güter zusammen Konzerte gemacht. Das war ein Kornfee. Bloß, wozu ich ihn damals gebraucht hätte als den bezahlten Musiker der Gemeinde, dass der nämlich den Jungs mal beibringt, wie man die Gitarre hält und stimmt, das konnte der nicht. Der verstand ja von dieser Musik nichts. Er war ein großer Künstler und lieber Mensch. Aber von dieser Musik, die wir brauchten, verstand er gar nicht. Und da habe ich mir ein paar Musiker zusammengesucht, alles so Kompromantlein und so. Und dann ging es los. Das heißt, wir haben das als einen Gottesdienst der Gemeinde gemacht. Weil nämlich der Souventent, da gab es damals noch so einen anderen Gottesdienst hier in der Stadt schon, der hat uns immer ermeint und gesagt zu den Pfarrern, drehst es euch nicht damit, dass es hier so einen allgemeinen Gottesdienst gibt in Neuen, sondern ihr müsst das in eurer Gemeinde für eure Jugendlichen was machen. Kein Pfarrer hat da irgendwas gemacht. Ich habe gesagt, wir machen das. Und deswegen haben wir alle Jugendlichen, also mit ein paar Mitarbeitern der jungen Gemeinde, angeschrieben, die getauft waren oder konformiert und nie im Gottesdienst gesehen worden sind. Also nie in der Gemeinde. Und die haben wir alle angeschrieben. Also das war ein Gottesdienst für die Gemeinde, der Schlossgemeinde. Ja. Als der Gottesdienst stattfand, da waren 500 oder 600 Leute da. 600 Leute. Wo die herkamen, ich weiß es nicht. Also das war auch weit mehr als die Konfirmation. Ach, viel mehr als die wir angeschrieben hatten. Ja. Also war dann doch auch bei den jungen Menschen ein Hunger oder ein Bedürfnis nach geistlichem. Ja, die waren so. Und dann ging das, da steigerte sich die Worte dann. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Musik. Sie sind ein begnadeter Evangelist und geistlicher Redner. Mit dem Komponieren haben sie es nicht so. Und sie haben damals glaube ich auch Anleihen bei anderen bereits bestehenden Liedern gemacht, oder? Ja. Ich wollte mit den Leuten singen. Es gab damals schon so ein paar neue Lieder. Wissen Sie? Danke für diesen guten Morgen. Und ein Schiff hat sich Gemeinde nennt. Das konnte ich nicht mehr hören. Das war immer dieselben. Und ich wollte mit denen singen. Ja, das Gesangbuch war sowieso unmöglich. Und ich, komponieren konnte ich nicht. Und da habe ich Melodien genommen, außer Popmusik, Gospelmusik, Blues, von denen ich wusste, die sind einfach gut. Seit 100 Jahren bewährt. Die werden in Gemeinden gesungen. Und habe einen neuen Text dazu gemacht. Also ich habe den nicht einfach übersetzt. Und das hat sich dann ja sehr schnell auch zu einer sehr großen Veranstaltung dann auch entwickelt. Es blieb ja nicht bei den 600. Beim zweiten Mal waren es dann? Ich weiß nicht, wie es beim zweiten Mal war. Es war aber ganz schnell. Da waren dann 1500 da. Das war so. Eine Stunde vorher. Wer sitzen wollte, musste eine Stunde vorher kamen. Die saßen in der Kirche. Und die anderen, die standen nebenbei. Die Gänge und alles völlig überfüllt waren. Und dann haben wir, das wuchs dann an, dass wir es dann zweimal machen mussten. In den Gottesdienst haben wir 3000 Leute. Jedes Mal. Jahr um Jahr. Über 20 Jahre lang. Jeden Monat war der Gottesdienst mit 3000 Leuten. Und immer auch mit den ganz beiden wichtigen Elementen. Christusverkündigung, Evangelium und Musik. Musik muss ja sein. In einer Jugendveranstaltung sowieso. Das ist ja in jeder Kirchenveranstaltung so. Bloß, dass es eben eine andere Musik war. Aber die musste mitsingbar sein. Ohne großen Lernprozess. Vielleicht mal ganz kurz nachgefragt. Jetzt ist es ja so, dass junge Menschen der Kirche heute nicht unbedingt die Bude einrennen. Da schrumpft die Kirche ja auch ganz massiv. Warum ist das so? Weil den Bedarf gab es ja damals. Meinen Sie, dass es den Bedarf heute auch noch gibt bei jungen Leuten? Was müsste sich ändern? Naja, man kann diese beiden Situationen überhaupt nicht miteinander vergleichen. Gucken Sie mal. Wir waren damals praktisch das einzige, nennen wir es mal kulturelle Angebot, an junge Leute. Heutzutage haben sie ja x Möglichkeiten. Sie können selber Musikgruppen gründen, in Vereinen. Überall kann der junge Menschen mitmachen und sich betätigen. Es ist ein riesenhaftes Angebot, dem wir als Kirche gegenüberstehen, was wir aber damals gar nicht hatten. Da waren wir praktisch die Einzigen. Und das hat natürlich geholfen, dass da sehr viele in die Kirche kamen. Die kamen klassenweise. Das waren gar nicht Christen. Die kamen von der Schule, war ich gegenüber. Die kamen klassenweise und da reinmarschiert. Die wussten einfach, da ist was los. Ja und natürlich die Musik. Ich meine, das war am Anfang wirklich eine Sensation. Mit dem Waschbrett zum Beispiel. Das Waschbrett mal. Wir hatten ja kein Geld im Schlagzeug für über 1000 Mark zu kaufen. Skiffle Band heißt das glaube ich, oder? Ja, ein Skiffle Band hatten wir. Was ist das? Also mit Waschbrett? Mit Waschbrett, Gitarre, Bass und alles. Ganz einfache Elemente. Ja, das war alles ganz einfach. Und ich hatte damals gedacht, das ist eben noch zwei, drei Jahre zu Ende, weil die jungen Leute ja ständig einen neuen Musikstil haben wollen. Aber es hat durchgehalten bis Jahrzehnte. Und der große Zuspruch hat sicherlich auch relativ schnell die Aufmerksamkeit des Staatsapparates auf sich gezogen. Wann haben Sie denn gemerkt, dass die Stasi sich für Ihre Veranstaltung interessiert? Vom ersten Gottesdienst an waren die da. Vom ersten Gottesdienst an. Wie hat sich das geäußert? Die kamen damals sogar in meine Wohnung und wollten mich sprechen. Da war ich aber schon in der Kirche drüben. Ich weiß nicht, was sie da von mir wollten. Und geäußert hat sich das so, dass vor oder nach dem ersten Gottesdienst, das weiß ich gar nicht mehr genau, da erschien ja in allen Briefkästen der ganzen Schlossgemeinde waren da so kleine, mit Kinderdruck hergestellte, zwei Zeimer. Also kommt zu vorderleben heute Nacht, denn da wird Gruppensext gemacht. Das ist sozusagen das harmloseste, was ich zitieren kann. Das war so schweinig, das habe ich auch nirgendwo getrunken oder erzählen können. So. Da ging das schon los. Da habe ich mir gesagt, dass das Stasi war eigentlich klar. Also ich sollte sozusagen vor der Bevölkerung mies gemacht werden. Das taugte das Gegenteil ein, weil sich alle jungen Leute sagten, wenn da so fertig gemacht wird, da muss irgendwas da los sein. Aber der Zweck war eigentlich, dass die Eltern sagen sollten zu den Kindern, da geht doch nicht ins Wahnsinn in die Kirche, da ist vielleicht doch was mit Haschisch und so, was dann alles für Vorwürfe waren. Das hat also den Gottesdienst dann von Anfang an begleitet. Und es wurden dann ja auch noch im Laufe der Jahre weitere Maßnahmen gegen Sie ergriffen. Was waren denn so beispielsweise die Maßnahmen, die da von Stasi-Seite gegen Sie ergriffen wurden? Ja, ich habe das erst in meiner Akte gelesen, was die alles mit mir angestellt haben und vorgehabt haben. Also das ging, ich sollte Kontakt haben mit Antiquitätenhandel, mit kriminellen Jugendlichen, sollte ich irgendwie ins Vertrauen gezogen werden, dass ich davon erfahren würde. Und lauter solche Dinge rein. Die haben in jeder Weise, die wollten zum Beispiel, das habe ich auch gesagt, aber ich habe sie selber gar nicht mitgekriegt, wollten uns den Strom abschalten. Da sollte in der Schlosskirche der Strom abgeschaltet werden. Stellen Sie sich mal vor, es sind da 1500 Leute in der Kirche, die auf den Gängen hoch zu den Emporen und wieder von der Strom aus. Und sie können sich nicht mehr verständigen. Finster ist es auch. Da können ein paar Peinliche geschehen. Keine dieser Maßnahmen, die ich in der Akte gefunden habe, keine einzige, hat funktioniert. Nicht eine. Wie erklären Sie sich das? Die wollten ja nicht nur, da ist bloß der Kirche das abschalten, das durfte ja nicht auffallen, sondern da sollte das Schlossviertel abgeschaltet werden. Und so eine Stasi-Aktion, das ist wie ein Drehbuch, müssen Sie sich vorstellen. Da wird genau festgelegt, der und der hat das und das zu machen, das muss der und der dem melden, der muss das und dem und so weiter. Das ist genau festgelegt, wer, wie, was. Und es hat eine riesige Organisation, aber es geklappt hat gar nicht. Und da könnte ich eine ganze Reihe erzählen von Maßnahmen, die die ergriffen haben, die also einfach nicht funktionieren. Ihre Stasi-Akte ist sehr dick, wenn man das so sagen kann. OV-Spinne war, glaube ich, so der Name. Und es wurden ja auch Sachen gemacht, wie Leute sind tagelang mit dem Auto hinter ihrem Auto hergefahren und es wurde versucht, ihnen Angst zu machen. Sie waren damals auch schon Familienvater. Sie haben drei Töchter, für die man ja auch irgendwie verantwortlich ist. Wie fühlt man sich denn dann in einer solchen Situation? Ja, wir haben denen als Kindern ja nie genau sagen können, was die Stasi von uns will, was die überhaupt will und macht und so. Das kennen Sie ja Kindern. Wenn Sie denen das erklären, das ist ganz schwierig. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass die Angst vor der Stasi schon in meinen Kindern sich eingenistet hatte. Da war meine Älste, die war glaube ich neun Jahre alt. Und wir waren in die Stadt gegangen, meine Frau und ich, und haben irgendwann gesagt, wir kommen irgendwann wieder, mit wegen sechs. Und haben uns aber verspätet. Ich weiß nicht warum, was da war. Und kam nur zu spät. Da steht die vor der Türe vom Fahrhaus von uns. Und da sagt diese neunjährige Göre als erstes, jetzt habe ich gedacht, die haben euch verhaftet. Jedes andere Kind hätte gesagt, habt ihr jemanden getroffen oder einen Kaffee getrunken habt oder irgend sowas? Nein. Jetzt habe ich gedacht, die haben euch verhaftet. Stell dir mal vor, das war das Erste, was die gedacht hat. Und da habe ich gemerkt, obwohl wir gar nicht so viel über die Stasi oft gesprochen haben, wie viel die Angst schon, wie tief die schon bei den Kindern drin ist. Ihren Töchtern ist dann ja auch das Studium verwehrt worden, tatsächlich. Ja, die mussten aus der Schule gehen. Das wurde im achten Schuljahr gesagt, im zehnten Schuljahr ist Schluss. Es gab keine Verbildung, keine Uni oder irgendeine Lehrstelle. Die waren dann nur konfirmiert. Kein Betrieb konnte die nehmen, weil sie nicht zur Jugendweihe gegangen waren. Die waren rausgefallen. Sie waren dann Landesevangelist der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Was macht denn ein Landesevangelist? Was muss man darunter vorstellen? Der muss einfach durch Sachsen reisen und Evangelisation nachhalten. Deswegen hieß das Landesevangelist. Und da waren Sie in Ihrem Element? Naja, erstens war ich in meinem Element und zweitens war das nicht nur für Sachsen, sondern ich war der einzige Theologe, der das machte. Und in allen Landeskirchen gab es keinen anderen Evangelisten, Jugend-Evangelisten. Und deswegen war ich in Thüringen, Mecklenburg und überall in der DDR unterwegs. Und habe Evangelisation angehalten. Und haben wirklich unzählige Menschen berührt, beeindruckt und auch zu Jesus geführt. Bei uns war es immer nach vorne geworden, zu einer Entscheidung und so. Ja, das war dann mein Job und den habe ich bis zum Ende leidenschaftlich gemacht. Dann kam das Jahr 1989, 1990, die Wende, die Deutsche Wiedervereinigung. Wie haben Sie die damals erlebt? Ich glaube, 1988 waren Sie noch in Nürnberg beim Christebel. Beim Christebel, genau. Da haben wir das aber alles noch nicht geahnt. Da war das noch überhaupt nicht auf der Agenda, dass da irgendwas in die Richtung passieren könnte, oder? Wir haben das zwar immer gewusst, ich meine, das weiß man ja aus jedem Geschichtsbuch oder aus der Bibel, dass es kein Volk oder Staatswesen lange ausgehalten hat. Ständig kommen Aramäer und Griechen und wer sich da alles abwechselt und Rebelltreiche. Also das habe ich auch noch immer deutlich gepredigt. Diesen ständigen Wechseln am Ende kommt aber einer und da bringt das Reich Gottes und dann wird das Ruhe. Dass das mal kommen würde, das Ende der DDR, das war uns immer klar. Aber wir haben kaum zu hoffen gemacht, dass wir es überhaupt noch selber erleben. Dass wir das schon im Jahr drauf erleben würden, das war also. Dann kam das Jahr 1989, 1990 und Sie haben dann in der Nachwendezeit auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung machen müssen, nämlich als Sie Ihre Stasi-Akte dann gelesen haben, dass nämlich einer Ihrer besten Freunde Sie jahrelang gespitzelt hat. Und das war eben besonders hart, weil es eben nicht um einen normalen Spitzel ging. Das war mein langjährigster Freund, seit ich in Halle war und viele Jahre. Wir waren wirklich, wirklich befreundet und das war das eigentlich Furchtbare an dem ganzen Wissensein, dass die Stasi es fertig gebracht hat. Wir waren echte Freunde. Dass der den teilen konnte in einen Freund von mir und gleichzeitig war der aber auch der Feind, der Äußerungen von mir aufgeschrieben hat, die mich hätten ins Zuchthaus bringen können. Also Schizophrenen. Dass die Menschen so zerlegen können, Menschen so verändern können, das ist das Gemeinste an der ganzen Stasi-Geschichte gewesen. Aber das hat eben besonders stark getroffen, weil es eben wirklich ein Freund war. Ich habe ja einmal einen kleinen Verdacht gehabt, dass er so was machen könnte. Ich habe den Verdacht aber gar nicht hochgekommen lassen. Wissen Sie, ich habe mich geschämt vor mir. Ich verdächtige meinen besten langjährigsten Freund. Da habe ich mich geschämt und habe den Verdacht nicht hochgekommen lassen, weil das unmöglich war. Ja, aber er war es wirklich. Und als Sie es dann erfahren haben, war er auch schon verstorben? Ja, dann war er verstorben, ja. Aber er war zur Zeit der Wende, liebte er noch? Ja, lebte er noch und jedes Mal, der war dann krank. Wenn ich ihn besuchte, hat er immer gesagt, hast du schon deine Akte bestellt? Und da habe ich immer gesagt, nee, ich will das nicht. Und was mache ich, wenn ich jetzt einen Namen finde? Wie gehe ich mit solchen Leuten um? Dann hat er immer gesagt, ja gut, brauchst du keine Sorgen machen. Lass das sein. Und so hat er mich immer beruhigt. Dann starb er und dann habe ich die. Dann hat ein anderer Freund, der hatte auch seine Akte gelesen, nachdem der Dieter gestorben war. Und hat dann der Akte gefunden, dass der Dieter in der Spitze war. Und er hat dann durchgedreht. Den haben sie auf der Parkbank gefunden, da hat er auch ein dummes Zeug vor sich hergepappelt. So haben die dann eine Nervenklinie geschafft. Und als der aus der Nervenklinie rauskam, hat er mich angerufen und hat mir gesagt, der Dieter, unser gemeinsamer bester Freund, der war der Spitze. So. Das ist wie so ein Falsschlag ins Gesicht. Und da habe ich mir gesagt, so. Was noch Schlimmeres, als dass mein bester Freund mich verpfiffen hat, das gibt es gar nicht. Und daraufhin habe ich mir die Akte erst mal bestellt. Das war der Anlass. Weil ich sagte, schlimmer kann es nicht kommen. Und dann kam der ganze Mist, den ich noch alles nochmal durchlesen und durchmachen musste. Also es war eine äußerst unangenehme Zeit, dieses Aktenstudium. Was kommt da an deinem Hochstum des Aggressionen? Ist das Trauer? Ist das Fühl? Ja, man staunt nur. Also man staunt über diese Unvorstellbarkeiten, bodenlosen Gemeinheiten, die man dann, was man da liest und so. Also ich war immer am Staunen und Wundern. Ich habe sonst keine Regung. Ich habe keine Hassgefühle oder irgendwas. Man hat noch... Das Gefühl der Dankbarkeit hat eigentlich am meisten überwogen. Dass gerade durch die vielen Dinge, die Fallen, die mir gestellt worden sind, die alle nicht geklappt haben, dass man da durchgekommen ist. Dass mich Gott da durchgeführt hat. Das war eigentlich das überwiegende Gefühl dabei. Nach der Wende war ja dann ja politisch und gesamtgesellschaftlich eine ganz neue Situation. Hat sich ihr Predigtstil dann nach der Wende verändert? Nein, nicht mit einer selber. Gar nicht. Nach der Wende, da haben immer so die Jugendhörter gesagt, so müssen wir alle unsere Manuskripte wegschmeißen, müssen wir alles was Neues machen. Ich bin stolz, dass ich keine Predigtmanuskripte weggeschmissen habe. Und ich kann heute eine Predigt halten, die ich in der DDR gehalten habe. Genauso. Wort vor Wort. Ich weiß nicht. Aktuelle Dinge müssen ausgetauscht werden. Das ist ja klar. Ich kann die genauso halten, weil ich das Wort Gottes verkündigt habe. Ich habe nicht nur politische Witze gerissen. Ich habe die Bibel ausgelegt. Heute noch veröffentliche ich Predigten. Wir haben ja so eine Israel-Gemeinde, Israel-Freunde Sachsens und die haben eine Zeitschrift. Da veröffentliche ich so Predigten über Mose und Jakob. Das ist doch vollkommen egal, in welchem Rahmen man sich befindet. Ich habe die gleichen Predigten zum Beispiel, die ich hier mal gehalten habe, über den Daniel, da hatte ich mich immer davor gefürchtet. Ich habe immer gesagt, wenn ich die halte, das sind mehr die letzten Predigten meines Lebens. Weil wissen Sie, der Daniel, wenn Sie schon den Bibeltext vorlesen, wie der so in der Wüste aufbaut, wo die alle davor niederfallen müssen, da dachte jeder an den großen Karl-Marx-Kopf. Dann, wenn ich diesen Bibeltext nur vorgelesen habe, das war ja schon eine Frechheit. Dann kam noch die Auslegung dazu. So, und ich habe die gleichen Predigten, habe ich dann später, musste ich in der Rhön, in der Woche da mithalten, in so einem Zelt. Also in der Demokratie. In der gesellschaftlich völlig anderen Situation. Und das war genau so aktuell. Genau so aktuell. Da war zum Beispiel auch damals eine Jüdin dabei, die hat als alte Frau angefangen, die war im KZ gewesen als Kind und hat ihre KZ-Erlebnisse angefangen zu malen ab. Bilder, die noch größer waren wie die Wand. Und da stand ich in dem Zelt umgeben von solchen Riesenbildern, zum Beispiel von den Männern im feurischen Ofen, über die ich gepredigt habe. Und die Leute konnten das dann sehen. Also, es hat mir gar nichts ausgemacht, alte Predigten zu nehmen und mit Leben zu erfüllen. Und ich brauchte das nicht wegschmeißen, gar nichts. Ich habe damals dasselbe gesagt wie heute. Nun haben ja viele Menschen nach der Wende einen kirchlichen Aufbruch eigentlich erwartet, weil ja auch die Protestbewegungen auch so im kirchlichen Umfeld auch losgegangen sind. Nikolaikirche und so weiter. Der kirchliche Aufbruch ist dann ja ausgeblieben. Haben Sie das auch erwartet? Wurden Sie dann ein bisschen auch enttäuscht? Nein, ich habe mir da nie Illusionen gemacht. Die Kirche war geöffnet für die Leute, die sich verständlichen wollten, ob sie die DDR verlassen und so weiter. Die Sonntagsgottesdienste in den gleichen Kirchen waren zur DDR-Zeit genauso leer, wie sie heute auch sind. Die waren nur Montagabend so voll. Wegen des besonderen Anlasses. Also in der DDR-Zeit sind die Leute dann sonderfrüh in die Kirche gekommen. Am Evangelium waren die ja gar nicht interessiert. Und deswegen habe ich mir niemals Illusionen gemacht, dass die dann weggeblieben sind, weil sie die mehr nötig hatten, weil sie die Freiheit bekommen hatten. Also mich hat das nicht aufgrund gewundert. Ich habe mir da nie irgendeine Illusion gemacht, dass es irgendwie besser käme für uns. Im Gegenteil, es wurde alles schwieriger. Sie haben Anfang der 2000er mal gesagt, da zitiere ich mal, dass das Christsein künftig, Zitat, nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Zitat Ende. Ja. Das merken wir jetzt. Sehen Sie das so? Ja. Dass es gefährlich ist, Christ zu sein, auch in Deutschland? Ja, inzwischen wird das immer gefährlich. Ja, klar. Woran machen Sie das fest? Ich weiß nicht, in welcher Zeitung oder wo ich das gestern gelesen habe, dass in einer Weihnachtsfeier, dass ein muslimisches Kind protestiert, dass da christliche Lieder gesungen werden. Und da findet eben sowas jetzt in dem entsprechenden Kindergarten oder Schule oder was auch nicht mehr statt. Das sind normale Dinge, die sich heutzutage abspielen, die vorher undenkbar waren, dass irgendjemand protestiert. Mir gefällt das Lied nicht. Das stört mich in meiner Religion. Sie zeigen ja auch in der Frage sehr klare Kante. Sie sind auch hier in Chemnitz bei den PEGIDA-Demonstrationen mitgelaufen. Warum haben Sie das gemacht? Mich hat gestört, dass es eine Gruppe von Menschen gab, von der ich das Programm war okay, hätte ich alles unterschreiben können. Die nicht rantellierten, die nicht immer laut sangen oder redeten, die nur still durch die Stadt gingen. Und die wurden als Rassisten, als Faschisten, da bin ich hingegangen. Ich habe nie rassistische Töne gehört. Ich muss dazu sagen, Chemnitz ist nicht Dresden. In Dresden war ich nie. Weiß ich nie, was da war. Ich kann nur über Chemnitz reden. Hier jedenfalls gab es keine Nazis und gar nichts. Von Faschisten war überhaupt keine Rede. Sondern das waren Menschen, die einfach Forderungen hochstellten. Politische Forderungen, die ich völlig unterschreiben konnte. Was waren das dann für Forderungen? Zum Beispiel, dass der Beschluss der Bundesregierung, dass die Polizei dezimiert wurde, abgeschafft wurde zum Teil, dass der eben aufgenommen wurde. Wir haben gesagt, im Gegenteil, wir brauchen mehr Polizisten. Das war vor ein paar Jahren. Das war Rassismus und eben Faschismus. Das wurde dann als einzig Argument gebracht. Und was haben wir jetzt? Jetzt sind die Nachrichten voll, dass hier noch tausend Polizisten erst mal neu ausgebildet werden müssen. Das dauert ja noch Jahre und so. Das waren solche Forderungen, tagespolitische Forderungen, die ich unterschreiten konnte. Die Begitta wird immer islamfeindlich. Wir sind islamkritisch. Das wird man ja wohl nochmal sein dürfen. Wie stellen Sie sich denn ein friedliches Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft auch vor? Weil, dass es nicht nur Christen in Deutschland gibt, ist ja eine Tatsache. Da gibt es ja auch Anhänger anderer Religionen und auch Atheisten. Wie kann das gelingen, dass man friedlich zusammenlebt? Ich weiß das nicht. Und bezweifle ich auch, dass das mit Millionen, die hier reingelassen werden, ohne dass man weiß, wer sie sind. Die haben ihre Pässe weggeschmissen, geben hier falsches Alter an, falsche Namen. Da sind Terroristen drunter mit der Amri und so weiter. Ich weiß es nicht. Hätte da das Christentum und die Botschaft Jesu Christi da auch nicht eine unheimliche Kraft, mit einer solchen Situation auch umzugehen? Also Stichwort Nächstenliebe, Feindesliebe. Ja, das haben ja die Christen bewiesen, die sich bis zum heutigen Tage, bis hin zum Kirchenasil, die sich für die Flüchtlinge einsetzen. Da gibt es ja viele freiwillige Helfer, die den Deutschunterricht geben und was da alles gemacht wird. Das ist ja alles klar. Aber es geht doch um die Frage, ob man zwei verschiedene Kulturen in dieser Radikalität so schnell zusammenführen kann und dann denken, das geht gut. Zumal diese Leute eben gar nicht willig sind, sich zu integrieren. Würden Sie das pauschal für die ganze Gruppe sagen? Jedenfalls für einen großen Teil. Ich kann das nicht für alle sagen. Nee, gar nicht. Ich kenne ja auch viele, die sich integrieren wollen und das auch schaffen. Ja. Aber es gibt eine riesenhafte Menge, die das ja gar nicht will, die einfach den Dschihad sagt, der steht über dem Grundgesetz. Und deswegen sage ich, die beiden sind nicht kompatibel, die Demokratie. Und Leute, die etwas anderes über das Grundgesetz stellen. Und wer in Deutschland leben will, muss das Grundgesetz akzeptieren. Ich glaube, das ist eine Basis, auf die wir uns auf jeden Fall da verständigen können. Auch in einer demokratischen Gesellschaft. Ja. Sie haben es gerade schon gesagt, Ihr Lieblingsbibelferd ist, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja. Wenn Sie auf Ihr Leben mal zurückblicken und ein Fazit ziehen, ist das eingetreten bei Ihnen? Ja. Es ist doch immer alles, also ich lebe doch. Die gemeinsten Dinge, die mir an die Beine geführt haben, am Ende hat es mich nur gestärkt. Eine meiner schlimmsten Erfahrungen war zum Beispiel, dass mich meine Kirche in einer bestimmten Situation völlig alleine sitzen hat lassen. Ich würde die EKD-Friedenspolitik gegen die Seiten und Friedengefährten oder solche Sachen. Das waren solche schwerwiegenden Vorwürfe, dass ich gesagt habe, dagegen kämpfe ich als Einzler jetzt nicht an. Jetzt brauche ich mal die Unterstützung meiner Kirche, in deren Auftrag ich öffentlich überall in Deutschland predige. Meine Britischen sind öffentlich gehalten worden. Und da habe ich die Kirche darum gebeten, mich mal vor diesen Vorwürfen zu schützen. Und das haben die nicht gemacht. Die haben es einfach, Jahre lang, haben sie den Stolpe in die Hand gekannt, und der hatte ganz andere Sachen zu tun, mit der Stasi als für den Pfarrer einzutreten. Also jedenfalls, die haben da gar nichts gemacht. Und wenn Sie das merken, da gab es dann noch einen Briefwechsel, wenn Sie merken, dass Ihre oberste Behörde überhaupt nichts für Sie tut. Gar nicht. Erstmal ist man da vollkommen niedergedrückt. Weil ich habe nie von der Kirche irgendwas verlangt, dass die mir helfen. Das war das erste Mal und das war auch das letzte Mal. Als ich sozusagen normal wurde, nachdem ich erfahren hatte, dass sie das einfach haben liegen lassen, da habe ich mir gesagt, Ab jetzt frage ich weder einen Bischof noch eine Synode oder irgendwelche Kirchen gräben, die nun irgendeinen Rat oder eine Hilfe. Ich wende mich an keinen Menschen mehr. Ich bin Christus verantwortlich, dessen Prediger bin ich, und der muss für mich sorgen. Und das hat mich frei gemacht. Ich brauche mich überhaupt nicht mehr um diese ganzen Behörden. Da habe ich mich nie wieder gekümmert. Und das hat mich frei und ohnehin gemacht, so, ich bin der Hand Gottes und jetzt wird weiter gepredigt. Also, ich bin gestärkt aus dieser Pleite hervorgegangen. Und das meine ich mit der Erfindung dieses Bibelortes. Ich habe etwas aus dem Straser erlebt. Ja. Und Sie sind ja weiterhin auch noch auf Achse. Sie sind sehr schwierig, auch mit Jörg Sporoda. Ja, wenn es geht, ja. Auch noch unterwegs. Was sind so die nächsten Projekte, die Sie gerne noch realisieren würden in nächster Zeit? Ja, ich habe noch eine Informisation jetzt im März vor und so. Insofern läuft das alles ruhiger. Ich mache einzelne Dienste überall, wo es geht. Aber richtige Informisation, das ist kaum noch. Ja. Und das ist ja mein eigener Dienst. Meine Hauskreise und meine Predigtreibung, wie Gottes Jesus, das machen alle emeritierten Pfarrer ständig. Sowas mache ich eben jetzt auch. Und das Eigentliche, was mein eigentliches ist, also, was mein Beruf, meine Berufung war, das ist vorbei. Wir haben ja Ihr Lieblingsbibelzitat. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und in der Hoffnung geben wir alles Weitere an. Ich danke Ihnen sehr, Herr Lehmann, für Ihre Gastfreundschaften, für das heutige Gespräch. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit an der heutigen Sendung. BibelTV Lauf des Lebens zulasten bei Theonemann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.